Hi, ihr kommt einfach hier rein und wolltet euch die Ausstellung angucken? Ja. Echt? Ja. Aha, wie kommt das denn? Malt ihr selber gerne? Ja. Echt? Ja. Wir machen beim Thema in der Schule mit Wassersleben. Aha, in der Grundschule geht ihr noch, ne? Ja, wir sind nur in verschiedenen Schulen. Aha, malt ihr denn selber auch gerne? Ja. Echt? Ja. Und was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Maler. Ich möchte zwar nicht Maler werden, aber das wird meine Freizeitbefestigung. Ach, sehr schön. Wie heißt ihr denn überhaupt? Er ist Lennart, ich bin Philipp. Aha, das ist auch süß. Freue ich mich ja sehr, dass ihr mich besuchen kommt hier im Haus der Kunst. Und wir können machen es gleich noch so, wenn, gehen wir mal durch und wenn ihr dann Fragen habt und sowas alles, ne? Ich kann euch ja auch ein paar Sachen fragen, ne? Freue ich mich sehr. Ganz toll, dass ihr hier hergekommen seid. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020